Ich habe heute Abend gesagt, wenn wir schon einen speziellen Christmas-Worship haben, wo wir vielleicht auch etwas länger Worship machen, das haben wir eigentlich so gemacht. Wisst ihr, was die Engel dort auf dem Feld bei den Hirten auch gemacht haben? An diesem Heiligen Abend? Was haben sie gemacht? Das weiss niemand, he? Gesungen! Die Engel haben gesungen! Stell dir das mal vor an Weihnachten. Es war ein riesen Chor von Englisch und sie haben geworshipped. Sie haben gesungen, Ehre ist dem Gott in der Höhe. Und wir haben gesagt, weil es um die Ehre geht, weil es um den Jesus geht, wollen wir heute den Fokus auf den Worship legen. Darum kamen wir seit Jahren auf die Idee, dann lassen wir den Worshipper predigen und uns erzählen, was sich mit diesem Worship auf sich hat. Und ich freue mich mega. Janu Baume. Er ist... Wuuu! Ja! Er ist ein junger, 23-jähriger, knackiger Typ, der von Anfang an vom Blästhund mit dabei ist. Seit etwa 2-3 Jahren fix im Team und einer unserer Worship-Leiter. Und ich bin mega begeistert, dass du heute Abend dein Herz teilst in Bezug auf Worship. Wir sind mega gespannt, was Gott dir hat gegeben. Merci vielmal. Merci. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben Ihnen gefreut, ein paar Gedanken heute zu teilen mit euch über das Thema Anbetung. Was ein riesiges Thema ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir nicht darum herum um die Frage, bettest du Gott an oder nicht. Vom Anfang in der Bibel, vom 1. Mose bis in die Offenbarung, wird ihm die Frage gestellt. Betest du Gott an mit deinem Leben? Und ich möchte zum Start einen Teil der 10 Gebote einfach mal in den Raum stellen. Die 10 Gebote sind für uns Menschen nicht einschränkend zu verstehen. Gott ist nicht einer, der dir die Sachen verbietet. Sondern er ist ein liebender Vater, der das Gute meint mit deinem Leben, der dir einen Rahmen geben möchte, der befreit das Leben möglich ist. Wegen dieser Rede ich persönlich immer viel lieber von den 10 Freiheiten. Weil wenn du nämlich in deinem Leben nie jemanden umbringst, zum Beispiel, dann musst du nie ins Gefängnis gehen. Und dein Gewissen ist nicht belastet. Und du bist in dieser Hinsicht frei. Und eine weitere Freiheit lesen wir eben auch im 2. Mose, Kapitel 20, Vers 3-6. Und er teist, du sollst ausser mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Durch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ich wünsche mir, dass die junge Generation aufsteht. Dass jeder Mensch, der hier ist, ein Mensch wird, der eine innere Beziehung zu Gott hat. Der Gott arbeitet, der seine Güte versteht, hinter diesen 10 Gebote zum Beispiel. Und ich wünsche mir, dass ihr alle euch für den Gott entscheiden könnt in eurem Leben. Dass ihr könnt sagen, ja, ich will mit meinem Leben den Gott anbeten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich will den Schöpfer von mir anbeten. Jetzt für heute Abend habe ich ein spezielles Thema auf das Herz bekommen. Nämlich geht es darum, dass wir Gott anbeten, für das, was er ist, in seiner Art, in seinem Wesen. Unabhängig davon, was er tut. Und dafür gehen wir in die Geschichte von Hiob. Die Geschichte von Hiob ist eine spezielle Geschichte in der Bibel. Und es ist eigentlich das Thema, das Thema des Buches ist, wie geht es einem Christen, der eigentlich leidet. Sei das Krankheit oder nicht. Also das ist das Hauptthema des Buches. Aber ich möchte einen Aspekt der Anbetung heute Abend vornehmen, den wir in diesem Buch sehen. Und zwar ist der Hiob ein ganzer frommer Mann gewesen. Und er hat im Land ausgelebt, er ist rechtschaffen, er ist aufrichtig gewesen. Und er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt, er hat mit seinem Leben Gott anbetet. Und er hat sich davor gehütet, böse Sachen zu tun. Er ist ein ganzer reicher Mann gewesen, er hat zehn Kinder gehabt, er hat tausende von Tieren gehabt. Und es heisst in der Bibel, er ist der reichste und der angeseheneste Mönch gewesen im ganzen Land. Und jetzt lese ich euch vor, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Und zwar haben wir eigentlich drei Personen, nämlich Gott, dann kommt der Teufel, der Satan ins Spiel und der Hiob. Und wir schauen, was wir über die Anbetung jetzt hören. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn und zu ihnen auch der Satan. Woher kommst du? fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Er sagt der Tyfu, überrascht dich das? fragte der Satan. Er tut es doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuche es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte Gott, mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst, taste nicht an. So verliess der Satan die Gegenwart des Herrn. Die Geschichte ist weitergegangen und der Tyfu hat sich auf den Weg gemacht. Und er hat dem Hiob jeglichen Reichtum weggenommen. Er hat ihm jedes Tier weggenommen. Alles, was er hatte, sogar seine zehn Kinder, sind umgekommen. In einem Sturm, in dem das Haus dann zusammengekriegt ist. Und der Hiob ist da gestanden, ohne Hab und Gut. Und jetzt losen wir gut, wie er reagiert hat. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Und obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Und jetzt wiederholt sich das Ganze noch einmal. Wieder geht der Tyfu noch einmal vor Gott. Gott fragt ihn, hey, was machst du? Er sagt, ja, ich bin durch die Erde gezogen. Und dann sagt Gott wieder, ja, aber der ist sicher der Hiob gesehen. Hiob ist mit Treude jener, der betet mich an. Und obwohl du ihm alles weggenommen hast, siehst du, er ist mir immer noch treu. Immer noch betet er mich an. Der Satan erwiderte bloß, kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davon gekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an, ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Der Herr entgegnete, ich erlaube es dir. Greif seine Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Da ging der Satan weg vom Herrn und schlug zu. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis Fuss. Und Gott hat es zugelassen, dass der Teufel dem Hiob auch noch Gesundheit wegnehmen konnte. Aber der Hiob war noch dann Gott treu und hat Gott weiter angebetet. Das Ziel des Teufels ist, dass du Gott nicht anbetest. Das Ziel des Teufels war, dass der Hiob Gott untreu wird und dass er Gott verflucht. Und das Krasse an dieser Geschichte und dem Punkt, den ich euch weitergeben möchte, ist folgendes. Wer der Teufel recht hatte. Wenn er wirklich recht hatte, das heisst, Wir Menschen könnten Gott nur anbeten für die Sachen, die wir haben. Zum Beispiel, dass wir reich beschenkt sind oder dass wir gesund sind. Aber so ist es nicht. Wenn der Teufel recht hatte, dann wäre es so, dass Gott rein in seinem Wesen, wer er ist in seiner Persönlichkeit, seine Eigenschaften nicht genügend wäre, für ihn zu lieben. Versteht ihr das, wie der Hiob eine ganze teufel Beziehung zu Gott hatte. Alle diese Umstände konnten ihn nicht davon abhalten, trotzdem Gott treu zu sein und weiter Gott anzubeten. Vielleicht sind Leute heute Abend hier und du argumentierst ein bisschen ähnlich wie der Teufel. Vielleicht siehst du um dich herum, vielleicht auch Christen, die ein gutes Leben hatten. Gott hat sich vor vielen Sachen bewahrt. Sie hatten ein gutes Elternhaus. Sie konnten aufwachsen. Und du hast das vielleicht nicht gehabt. Du hast vielleicht durch Sachen durchgehen müssen. die du niemandem anderen wünschst und du sagst, ja, wenn ich so gehütet hätte, wenn ich aufwachsen konnte, dann könnte ich Gott hier anbeten. Und ich möchte ermutigen, Gott eine Chance zu geben, dir zu zeigen, wer er ist, unabhängig davon, wie die Umstände sind, wo du drinnen steckst. Der Teufel tut alles, für uns abzulenken, Gott anzubeten. Er hat am Anfang der Geschichte in der Bibel, hat er Gott gleich sein, er war ein Engel und er ist eifersüchtig auf Gott geworden. Hochmut hat ihn übernommen und er hat gleich sein wie Gott, er hat selber anbeten zu werden. Und das ist das, wo er heute noch dran ist. De und mich. Jeden Tag probieren, abzulenken von Anbetung zu Gott. Betest du Gott an oder nicht mit deinem Leben? Ist die Frage. Durch die ganze Bibel durch. Und das Krasse ist, dass ein Entscheid für Gott muss getroffen werden. Es ist so, dass du, wenn du dich in deinem Leben nicht entscheidest, dass du dich automatisch gegen Gott hast entschieden. Wir haben am Anfang gelesen, du sollst keine andere Götter nicht mehr haben. Was ist das? Andere Götter sind einfach Sachen, die dir wichtiger sind als Gott. Und dann kannst du mal in deinem Leben überlegen, es gibt Sachen, die wichtiger sind für mich als der Gott im Himmel. Bette ich mit meinem Leben Gott an. Wollte ich etwas sein, zum Lob von seiner Herrlichkeit. Wollte ich gut zu tun, wie ein Hiob. Wollte ich treu sein. Wollte ich möglichst nicht in Sünden leben. Wissen Sie, das ist eben genau das Schönste von dieser ganzen Geschichte, dass es möglich ist, verliebt zu sein in Gott. Und das ist etwas, das ich euch heute Abend weitergeben möchte. Es ist eben möglich, dass Gott dir nichts müsste geben, aber rein durch seine Gegenwart und das, wo er ist, binär ist, kannst du dich verlieben in ihn. Wächst die innige, tiefe Beziehung zu ihm, wo, sagen Sie mal, der dick und dünn, aber auch fest ist. Egal, wie die Umstände in unserem Leben sind. Und das ist eine krasse Botschaft. Und ganz viele Leute von euch haben vielleicht auch durch schwierige Sachen durchmüssen. Aber, dass wir eine Generation können sein, die Gott über diese Sachen erhält. Dass wir tiefe Anbetter können sein. Wir wollen nicht nur einfach Gott anbetten, weil es uns gut geht. Weil coole Musik da vorne spielt. Weil eh alles cool ist im Blässtunnel. Es einfach vielleicht fällt, Gott anzubetten. Nein, sondern wir wollen auch mit unserem ganzen Leben immer wieder einfach Gott verehren und ihn lieben und ihm treu sein. Das wünsche ich mir speziell auch für heute am Abend. Dass wir Gott anbetten aus Reaktion auf seine Herrlichkeit. Ich bete, dass Gott heute mit seiner Herrlichkeit hineinbricht. Und dass wir ihn erkennen dürfen, wie er ist. Dass du persönlich einfach reagieren auf ihn unverkrampft. Wisst ihr, wenn wir Sachen von Gott erkennen dann ist Anbetung nichts Anstrengendes. Vielleicht erlebst du Besitz Anbetung anstrengend. Und ich bete, Vater, dass du heute Geist vor Offenbarung und Erkenntnis schenkst von dir gegenwarten. Dass Menschen neue Sachen von dir kennen dürfen. Und sie verliebt werden in dir für das, wo du bist. Ich möchte jetzt in einem zweiten Teil noch ganz praktisch darüber reden, über Musik. wo wir immer wieder im Bless Thun haben, aber auch sonst wird in jedem Gottesdienst gesungen. Und dieser Frage ganz kurz nachgehen. Das hat nämlich mit König David angefangen. König David hat nämlich ein Tempel bauen. Ein grosses Haus, wo Gott mit seiner Herrlichkeit drinnen wohnen kann. Und sich das mal vorstellen, dort hat er 38'000 Leute angestellt. Also es war ein bisschen ein Business. Und von diesen 38'000 Leuten waren 4'000 Leute nur Musiker. Und die 4'000 Leute waren wieder aufteilt in 24 Abteilungen. Ihr könnt das in der ersten Chronik Kapitel 23 nachlesen. Und von diesen 4'000 Leuten hat es noch 288 Meister im Gesang gehabt. Und die haben die anderen einfach angeleitet und sie haben jeden Morgen und jeden Tag Gott gesungen und ihn verherrlichet. So wie wir es hier auch machen. Musik ist einfach wie ein Transportmittel. du es erfasst Körper, Seele und Geist. Ihr kennt es von den Shootmatchen, die die Leute durchdrehen. Ihr kennt es auch von einem traurigen Lied, das plötzlich etwas macht mit dir, wo du merkst, jetzt werde ich auch traurig. Genau gleich mit einem fröhlichen Lied, das kann die Atmosphäre verändern und dein Gemüt auch verändern. Und arbeiten wollen wir auch immer mit Körper, Seelgeist. Wir sagen, in der normalen Kommunikation zwischen Menschen ist 55% die Körpersprache aus. Und ich glaube, genau gleich ist es so, wenn wir mit Gott reden. Ich glaube, er liebt es, wenn wir mit unserem ganzen Sein arbeiten. Wenn wir nicht nur still für uns vielleicht in Gedanken Gott erheben, sondern wenn unser ganzer Körper verfasst wäre und dass wir ihm die Hänge zum Beispiel verstrecken, als Zeichen der Begeisterung oder dass wir auf Knäuel gehen, als Zeichen der Demut. Ich glaube, er liebt es und er sieht unsere Körpersprache. Er sieht, ob du etwas sagst und auch so meinst. Oder er sieht, ob du mit dem Lachen in deinem Gesicht ihn anbetenst. Und das wünsche ich mir auch für hier im Blessed Thun, dass das darf zunehmen, dass wir ihn immer mehr mit Körpersäle und Geist anbeten können. Unsere Anbetung zeigt der Welt, wie wichtig uns Gott ist. Wenn jemand hier reinkommt, Christen nicht kennt, Gott nicht kennt, dann zeigt unsere Anbetung, wie wichtig uns Gott ist. Und ich glaube, an dieser Liebe, die wir zu Jesus haben, werden alle Menschen erkennen, wie wahr das Ganze ist, wie authentisch das ist. Und sie werden sagen, so begeistert von Gott möchte ich auch sein. Ich möchte auch eine Beziehung zu dem Jesus haben, der so tief ist. Jetzt für heute am Abend oder allgemein wieder in die Zeit von Anbetung reinkommt, möchte ich euch ein Bild weitergeben von einem Restaurant. Und die Bibel braucht das Bild vom Breutigam und der Braut. Jesus ist der Breutigam und die Gemeinde von Jesus alle Gläubigen zusammen das ist Breut. Und ich möchte es dir vorstellen, dass es ein geniales Date in einem herrlichen Restaurant. Und ein Restaurant ist nämlich etwas Spezielles. Dort gehst du nicht jeden Tag hin und jedes Mal wenn du etwas essen. Du kannst selber zu dir schauen zu Hause in deiner Küche. Aber wenn du in ein Restaurant gehst, ist das etwas Spezielles und du hast auch grosse Erwartungen. Und genau gleich seid ihr heute auch hier her gekommen. Mit mehr Erwartung als vielleicht eine stille Zeit zu Hause. Und Jesus ist richtig der perfekte Mann. Das kann man wirklich so sagen. Er ist eine Breutigam, die seine Brut so richtig umwirbt. Ihr müsst euch das vorstellen. Er hat alles für euch. Er hat sein Leben gegeben. So weit ist seine Liebe gegangen. Er hat sein Leben gegeben für Menschen, die Sünder sind. Für Menschen, die nicht perfekt sind. Er so eine Liebe für jeden Einzelnen von euch hat. Und ist da vis-à-vis am Tisch von dir und möchte mit dir reden. Er möchte dich kennen lernen, aber er möchte genau gleich auch, dass die Braut ihn besser kennen lernt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, es ist ein Date und die Braut nimmt das Handy vorne. Und und ja oder wie fühlt sich da der Brüte an? Fühlt sich recht verarscht, oder? Er möchte mit seiner Braut reden, aber die Frau ist die ganze Zeit am Handy. Was ist das für eine Faust ins Gesicht? Und genau gleich wünsche ich mir auch, dass wir in Zeiten vor Anbettung und vom Lobpreis unsere ganze Konzentration auf dem Brüte haben. Dass wir uns nicht ablenken lassen. Dass wir ganz praktisch unsere Handys versorgen. Und dass wir den Respekt immer darbringen. Das wünsche ich mir, wenn wir jetzt in die Zeit vor Anbetung gehen. Ganz speziell. Und er liebt es, wenn wir ihn einfach anbeten, für das, wo er ist. Und das dürft er komplett in der Wahrheit machen. Ihr müsst nichts irgendwie sagen, die nicht von Herzen übertreiben. Sondern einfach kommen, wie ihr seid. Und euch den Brüte vorstellen. Bei diesem Date. Wir werden jetzt wirklich in eine Zeit gehen, in die wir auf Gott schauen. schauen. Vielleicht bist du heute Abend da und du hast durch die einzelnen Versen oder die Geschichte von Hiob gemerkt, dass du mit deinem Leben Gott nicht wirklich anbeten besitzen. Und wenn du mit der Hilfe von Jesus Gott möchtest anbeten mit deinem Leben, dann bitte dich, dass du auch zum Ministry Team gehst in dieser Zeit und mit denen einfach austauschst, mit denen redest über das. Sie werden dir erklären, was das auf sich hat, Gott anzubetten. Was Jesus so ist, hat da, in dem, dass er auf die Welt kam, in dem, dass er am Kreuz ist, gestorben für dich und mich. Und vielleicht bist du aber auch da und bist in einer gewissen Rebellion gegen Gott. Weil dir Sachen sind passiert, die du nicht einordnen, die du nicht verstehen kannst. Vielleicht fühlst du dich wie ein Hiob, weil es wirklich scheisse Sachen passiert. Und vielleicht bist du blockiert, Gott anzubetten. Und ich möchte dich heute freisprechen von dieser Blockade. Und ich möchte dir ermutigen, dass du heute auch den Tscheide triffst, Gott trotzdem anzubeten für das, wo er ist. Auch wenn Umstände schwierig sein in deinem Leben, Sachen, die du nicht verstehen kannst. Stimmen zusammen auf. Ja, Jesus, wir schauen jetzt auf dich. Und unsere volle Konzentration ist auf dir. Und unsere Aufmerksamkeit ist bei dir. Vater, ich danke dir, siehst du jedes Einzelne, der in diesem Raum ist. Ich danke dir, siehst du, was jedes Einzelne braucht. Und ich danke dir, kommst du mit dieser Herrlichkeit in den Raum, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, wer du bist. Und wir wollen dich einfach lieben, wir wollen dich ehren, wir wollen dir auch wohlgeruch sein. Und wir sagen Vater, geniesse du das Lob vom heutigen Abend, das aufklingt hier in der Stadt und geniesse du das Lob. Es soll dir eine riesen Freude sein, Herr. Komm, du Heiliger Geist, du hilf uns dabei, anzubeten. Zeig du uns, wer Jesus ist. Verherrliche du Jesus. Verherrliche du den Vater. Aller gehört dir. Wir wollen dich allein anbeten und niemand anders. Amen.